Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Wir sind zurück hier bei unseren Briten im Juni 36 und wir haben ein großes vor. Wir wollen die Royal Navy neu organisieren. Hunderte Schiffe, Dutzende von Flotten müssen wir uns angucken. Überlegen, wo soll sie stationiert sein, was ist ihre Aufgabe, wie müssen sie zusammengesetzt sein und so weiter und so fort. Da wartet ein ganzes Stück Arbeit auf uns. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, ob ich das nicht off-cam mache und euch einfach mit den Ergebnissen konfrontiere, aber habe mich dagegen entschieden, weil ich glaube, das ist doch ein wesentlicher Bestandteil dieses Spiels, genau das zu machen in dieser Phase. Es erhöht auch die Verbindung, die man dann hat zu den Flotten. Man weiß, warum sie wo sind und ich glaube, wer sich wirklich dafür interessiert, der hat auch daran Interesse, behaupte ich jetzt einfach mal. Wer keine Lust darauf hat, der wird dann einfach diese Folge hier überspringen können und die nächste Folge abwarten müssen. Da wird es dann normal weitergehen. Also beschäftigen wir uns mit den Flotten. Vielleicht erst mal allgemein gesprochen, schauen wir uns mal hier die verschiedenen Rumpftypen an. Und ich sage mal kurz dazu, was nötig ist eigentlich hier nach Mandagans. Welche Flotten-Typen wir brauchen erst mal ganz wesentlich. Wir brauchen drei, also wir haben drei wichtige Aufgaben, die wir durch Flotten erfüllen lassen müssen. Das erste ist Patrouille. Das heißt, kleine Flotten, schnelle Flotten mit schnellen Schiffen, die eine gute Ortung haben, müssen Seegebiete patrouillieren und Bescheid geben, ob Feinflotten dort sind. Wenn es nur ganz kleine Feinflotten sind oder wenige Schiffe sind, dann können sie selber vielleicht kämpfen. Ansonsten rufen sie die zweite Flottenart, nämlich die Schlachtflotten dann, die eigentlichen, die normalerweise im Hafen liegen und darauf warten, dass sie gerufen werden. Das wäre ansonsten viel zu teuer. Was den Halbstoff betrifft, die immerzu unterwegs rauszulassen. Die dritte Flottenart, die wir brauchen, sind Eskortflotten, die dazu da sind, unsere Seewege zu beschützen. Vor allem dann später gegen U-Boote. Das wird ein großes Thema werden, denke ich. Das ist sozusagen die drei wichtigsten Flotten-Typen. Man kann natürlich noch U-Boot-Flotten haben, aber das wird für uns kein großes Thema werden. Wir hinken hier technologisch übrigens schon hinterher. Aber ich werde auch nicht sehr stark auf U-Boote setzen. Das will ich gleich mal sagen. Das wird nicht unser Hauptthema sein. So, wie strukturieren wir die Flotten? Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Die Patrouillenflotten, die werden wir ausschließlich mit kleinen Zerstörern bestücken, die vor allem auf Ortung und Geschwindigkeit getrimmt werden. Die Schlachtflotten, die haben natürlich Schlachtschiffe, Flugzeugträger, teilweise Kreuzer, aber vor allem ebenfalls Zerstörer als Screeningschiffe, die die Schlachtschiffe beschützen, die ein bisschen mehr Feuerpower haben und die vor allem auch gegen U-Boote kämpfen können, weil auch das ist möglich, dass wir in normalen Seeschlachten gegnerische U-Boote sehen und da müssen wir uns natürlich auch gegen wehren. Das sind dann die wichtigsten Flotten, natürlich also der wichtigste Flottentyp, der dann auch der größte sein wird. Und die Escortflotten, die will ich mit leichten Kreuzern ausstatten. Die haben eine etwas höhere Reichweite. Die werden für den U-Boot-Kampf dann ausgerüstet sein, haben aber auch ein paar Geschütze, um sich so allgemein so ein bisschen zu wehren. Und da geht es vor allem halt darum, dass wir hier, ich zeige euch das mal, also dass wir hier diese, also zum Beispiel diese Seezonen hier damit patrouillieren oder möglicherweise auf dem Atlantik. Also sie müssen ein bisschen unabhängiger operieren können. Dafür erscheinen mir die ganz sinnvoll zu sein. Gut, dann starten wir mal durch. Achso, ihr habt technologisch gesehen, an ein paar Punkten liegen wir so ein bisschen zurück. Wir werden natürlich irgendwann neue Schlachtschiffe bauen müssen. Die sind natürlich der Kern einer jeden Strike Force. Im Moment würde ich sagen, nein, bauen wir noch nicht, weil wir sehr viele haben, die etwas veraltet sind, aber auf jeden Fall im Moment noch sehr wirksam sein werden. Aber vor allem gibt es ja dieses Flottenabkommen, das uns wohl auch nicht nur pro Schiff einschränkt, sondern auch in der Gesamtflottenstärke, vor allem was Schlachtschiffe betrifft. Insofern sind wir da erstmal ein bisschen zurückgehalten. Jetzt geht es erstmal darum, das alles irgendwie gut auf die Reihe zu bekommen und gut zu organisieren. Unsere Flotte ist im Moment aufgeteilt in verschiedene Kommandos. Einmal in das Home-Command, hier britische Inseln, dann in das Mittelmeerkommando, in das Amerika-Kommando und das Asien-Kommando, so nenne ich es jetzt mal. Und wir gehen jetzt jede einzelne Flotte durch, die wir jetzt schon haben, und strukturieren sie ein bisschen neu um und organisieren sie neu. Beginnen wir mal hier mit der Home-Fleet. Die Home-Fleet befindet sich in Skapa Floh, ist unsere größte und mächtigste. Ihr seht übrigens, einige Schiffstypen könnten wir verbessern. Wir müssen nachher nochmal zu den Schiffstypen kommen, oder wisst ihr was? Das machen wir mal gleich. Wir gucken uns hier mal die Schiffstypen an, weil hier ist einiges rauszuschmeißen. Wir haben die U-Boote. Wir werden diese Variante nicht mehr brauchen und diese auch nicht. Also wenn, dann stellen wir natürlich die Besten her. Wir haben diese frühen Zerstörer, den wollen wir nicht mehr haben. Wir haben hier einen, den wir auch nicht brauchen. Das ist unser aktueller Zerstörer. Wobei wir das alles noch anpassen müssen, auch noch wieder. Aber das machen wir, wenn wir genug Marine-Erfahrung haben. So, wir haben hier einen frühen Kreuzer-Rumpf und den aktuellen Kreuzer-Rumpf. Diesen gesamten frühen Kreuzer-Rumpf, den nehmen wir komplett raus. Der verwirrt uns hier nur. Der ist nicht fertig gebaut. Und hier haben wir verschiedene Typen. Ich bin mir nicht sicher, wo sich der jetzt von dem anderen unterscheidet. 2122. Ja, wahrscheinlich einfach nur irgendwo ein bisschen weniger Technik reingesteckt. Ja, ihr seht es hier. Das ist Oldschool. Flugzeug-Katapult bringt natürlich Orte und so nahe. Das müssen wir alles später nochmal neu definieren, wenn wir anfangen, tatsächlich neue Schiffe zu bauen. Ich lasse den mal drin. Da müssen wir mal gucken. Diese frühen, schweren Geschichten. Das lassen wir mal drin. Der frühe, den nehmen wir raus. Den auch, weil da haben wir aktuellere. Die Arc Royal Class. Den können wir auch rausnehmen, denke ich. So, okay. Das sind erstmal so aktuelle Schiffstypen. Aber wie gesagt, das wird dann relevant, wenn wir bauen. Wir kehren jetzt zurück hier zur Flottenstrukturierung. Also, wir haben Home Command. Da weisen wir erstmal einen Admiral zu. Der beste Mann, den wir haben, ist Andrew Cunningham. Der wird hier Admiral, der Home Command Fleet. Die besteht aus diversen Einsatzgruppen, die wir uns jetzt anschauen. Also, wir haben hier die Scapa Flow. Okay, da war ich ja stehen geblieben. Die besteht aus einem Flugzeugträger, fünf Schlachtschiffen, drei Schlachtkreuzern, einem schweren Kreuzer, drei leichten Kreuzern und 20 Zerstörern. Dieses Verhältnis von 20 Zerstörern zu fünf Schlachtschiffen finde ich ganz in Ordnung. Die leichten Kreuzer werden wir hier rausziehen und für eine Patrouillenflotte schon mal nutzen. Ne, nicht für eine Patrouillen, sondern für eine Escort. Escort-Einsatzgruppe. So heißt der richtige Begriff. Ich packe sie erstmal, ja wohin eigentlich? Ich packe sie, oder ich baue gleich mal eine neue Einsatzgruppe. Die wird schon dann neu haben. Die wähle ich mal aus. Da packen wir alle leichten Kreuzer rein, die wir haben und wir nennen die First Escort Flotilla. So, und die bekommt ein anderes Symbol. Die bekommt das Schildsymbol und grün ist alles, was in Europa ist. Dementsprechend muss auch das Home-Command natürlich grün bekommen. So, alles klar. Wollen wir eigentlich hier den Anker haben? Entschuldigt, auch mit solchen Sachen muss man sich befassen. Als Command-Symbol nehmen wir mal das hier. Den Stern. Finde ich irgendwie cooler. Okay, so, jetzt haben wir also die Home-Fleet. Die kann ansonsten so bleiben. Stationierung und Scaper Flow finde ich auch okay. Zu den Einsatzgebieten kommen wir noch. Wir haben jetzt hier die Reserve-Fleet, die sich im Ärmelkanal befindet und auch gerade trainiert wird. Dort sammeln wir verschiedene Schiffstypen, die wir noch nicht zugeordnet haben. Ich sehe aber auch hier sind schon leichte Kreuzer mit dabei. Die packen wir auch hier in die erste Escort-Flotilla mit rein. Da kommt jetzt gleich der nächste Punkt, der mir einfällt. Die wollen wir nicht hier haben, sondern die werde ich hier in Plymouth stationieren, weil die sollen vor allem diese Route hier eskortieren. Deswegen ist hier die Stationierung meines Erachtens besser geeignet. Okay, wir waren hier bei der Reserve-Fleet. Wir werden hier ein anderes Symbol nehmen. Da nehmen wir mal das Anker-Symbol. Und den Rest lassen wir erstmal da drin. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da noch irgendwie was rausnehmen. Man kann die leider hier nicht verschieben, oder? Kann man das? Ne, kann man nicht. Wäre schön, wenn die am Ende sind. Okay, wir haben hier die, das ist die Reserve-Fleet. Alles klar, wir haben hier die Channel-Force. Ach so, stopp. Die Home-Fleet, die kriegt ein anderes Symbol. Die kriegt dieses Symbol. Das ist nämlich eine Strike-Force. Das merken wir uns. Oder ich schreibe SF hinter. Dann wissen wir Bescheid. Die soll dann wirklich zum Einsatz ausrücken. Und die Channel-Force ebenso. Die hat ein Flugzeugträger, zwei Schlachtschiffe, drei leichte Kreuzer und neun Zerstörer. Das ist erstmal so okay. Wir nehmen aber die drei leichten Kreuzer wieder raus. Und bringen die auch hier hin zur Escort-Flotilla. Und Channel-Force kann so bleiben. Jetzt kriegen wir bloß ein anderes Symbol auch hier. Okay, das sind unsere Strike-Forces. Dann gehen wir weiter. Wir haben hier in Yorkshire eine Flotte, die nur aus Zerstörern besteht. Und das wird unser First-Patrol-Flotilla. Die mit acht Schiffen auch, glaube ich, ganz gut ausgestattet sind. Das ist auch das perfekte Symbol dafür. Das kann so bleiben. So, was haben wir hier? Norvan-Patrol. Hier haben wir zum Beispiel fünf Leichte und einen schweren Kreuzer. Den schweren Kreuzer, den bringen wir hier unten zur Channel-Force. Die ist mir nicht so gut ausgestattet. Und diese fünf, die werden daraus, wenn wir eine zweite Escort-Flotilla machen. Second Escort-Flotilla. So hatte ich sie immer genannt, glaube ich. Ja, genau. Und bekommt dementsprechend auch dieses Schutz-Symbol. Und auch hier, würde ich sagen, machen wir Stationierung in Plymouth. Okay. So, dann haben wir hier, was ist das für eine Flotte? Hier nennt sich Rosev-Escort-Force. Das wird aber keine, sondern das wird unser Second Petrol-Flotilla mit dem entsprechenden Symbol. Okay, soweit. Sehr schön. So, also wir brauchen, glaube ich, mindestens drei von diesen Petrol-Flotillas. Mal gucken. Wir haben hier eine sogenannte Norfleet. Die ist gerade am Training und hat sehr viele Zerstörer dabei. Einen leichten Kreuzer. Den ziehen wir mal wieder raus. Und den bringen wir zur Second Escort-Flotilla. Dann hat die auch sechs. Und wir haben einen schweren Kreuzer. Den geben wir auch der Channel Force. So. Dann haben wir noch 14 Zerstörer. Und das trennen wir jetzt ein bisschen auf. Wir werden jetzt fünf davon. Fünf davon geben wir jetzt zur Second Petrol-Flotilla. Und die restlichen neun. Daraus bilden wir die Third Petrol-Flotilla. Wird das eigentlich mit Doppel-T geschrieben? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, so ist es richtig. Okay. Auch die bekommen dieses Symbol. So. Was haben wir hier? Die Portsmouth Fleet. Die hat jetzt auch nochmal sechs Zerstörer. Und einen schweren Kreuzer. Wir bleiben mal hier dabei. Wir bringen den zur Channel Force. Jetzt ist die Frage. Brauchen wir eine vierte Patrouillenflotte hier in der Region? Oder eher nicht? Vielleicht, wir bezeichnen sie erstmal so. Und müssen mal gucken, ob wir die möglicherweise später auflösen. Vielleicht machen wir daraus noch was anderes. Gut. Kriegt dann erstmal noch das Patrouillen-Symbol. Okay, was haben wir hier? Western Approach's Fleet. Okay, wir haben noch mehr Zerstörer. Uiuiui. Fettes Ding. Bisher habe ich jetzt überlegt, dass wir immer acht Schiffe in so einer Patrouillen-Fleet haben. Vielleicht gehen wir da auf zehn hoch. Und packen den Rest dann erstmal in die Reserve und überlegen, wie wir das am besten machen. Da nehmen wir nochmal vier mit rein in die gerade gegründete Forf. Genau. Dann einen noch hier. Und dann müsste das so ungefähr hinhauen. Und die restlichen sieben packen wir erstmal hier in die Reserveflotte. Die lösen wir dann gewissermaßen auf. Ja. So, jetzt geht's weiter. Was haben wir hier? Aha, jetzt sind wir schon im Mittelmeer. Da würde ich sagen, machen wir ein neues Kommando draus. Beziehungsweise, halt, das gehört... Ah, okay. Das widmen wir um. Wir hauen die hier hin. So, da haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt. Kommen dann später zu der. So, jetzt kommen wir zu den U-Booten. Und da haben wir zwei. Die werden wir einfach zusammenfügen, würde ich sagen. Hallo? Habe ich die jetzt... Wo sind die hin? Die müssen eigentlich jetzt hier irgendwie dazukommen. Lass mal ein bisschen laufen. Nee. Irgendwo habe ich jetzt die U-Boote. Habe ich die verschrottet? Nee, das kann nicht sein, ne? Wo sind die U-Boote hin, Leute? Sind die in die Reserve gegangen? Habe ich die aufgelöst? Hilfe! Wir haben da unten noch U-Boote. Hat er mir eben gesagt, dass ich... Meine U-Boote sind weg. Wo sind sie hin, Leute? Wo sind sie hin? Warte mal. Jetzt gibt es diverse... Also wir haben hier die Acht. Wo ist die First Submarine Frotilla hin? Ich sehe einen Moment. Er sagt mir hier, wir haben noch 19 U-Boote. Also die müssen irgendwo noch da sein. Ich habe sie bloß im Moment aus den Augen verloren. Ja, das sind diese Schwierigkeiten. Wir haben hier Acht. Das ist die Second. Und wo sind die anderen? Also wir müssen die U-Boote haben. Die sind noch nicht weg. Die sind noch nicht weg. Sind die aus Versehen in die Reserve gegangen? Äh, nee. Wir müssen mal jede Einsatzgruppe jetzt mal durchgehen. Wo die hin verschwunden sind. Irgendwie habe ich sie aus Versehen weggezaubert. Acht. Hier sind 19 irgendwie unterwegs. Ach, wisst ihr was? Also möglicherweise waren die auch woanders stationiert. Und ich habe gesagt, ja, alles klar. Hier sind sie. Sie sind unterwegs. Alles gut. Wir haben sie noch nicht verloren. Dann ist es in Ordnung. Dann bin ich beruhigt. So, und zum Schluss haben wir die Escorts. So, das heißt, die wird zusammengeführt. Und wir nennen das dann auch First. So, alles klar. Gut. Dann haben wir hier unter seinem Kommando erst einmal neun von zehn möglichen Einsatzgruppen. Das ist soweit in Ordnung, würde ich sagen. Wir haben eine ziemlich große Reserveflotte. Und hier unten haben wir auch noch eine Reserveflotte, die irgendwie extra angelegt wurde. Stehen die alle hier? Ja, die stehen alle in London. Okay, Leute. Dann verbinden wir die auch nochmal. Ja. Und die Reserveflotte, die... Achso, die ist am Trainieren. Ja, okay. Von mir aus können die anderen Schiffe mit dazu kommen zum Trainieren. Ist soweit in Ordnung. Gut. Und wir werden jetzt Einsatzräume definieren. Und da fällt mir auf, dass man ja komplett immer für das Kommando einen Einsatzraum definieren muss. Und das ist für diese Escort-Truppe doof. Für die beiden Escorts brauchen wir einen eigenen Kommando-Raum. Ja, das brauchen wir dringend. Das heißt hier eine neue Flotte. Kann man die nach oben schieben? Kann man nicht. Doof. Egal. Sie wird auf jeden Fall auch grün und bekommt den Stern. Und nennt sich... Nennen wir das mal Escort-Command. So, und da ist die mit drin und die mit drin. Und warum ich das jetzt so mache, werdet ihr gleich sehen. Weil wir brauchen für die Home-Command als Einsatzgebiete die Nordsee, den Ärmelkanal und dieses Gebiet hier. Das reicht erstmal für den Anfang. Und die Escort-Command, die bekommt den Ärmelkanal, die Bucht von Biscaya und die iberische Küste. Erst einmal. Mal gucken, wie sich das erweist. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zur Mittelmeerflotte mit drei Einsatzgruppen. Da haben wir einmal die Mittelmeerflotte selbst. Die liegt in Alexandria. Und hier... Wir brauchen natürlich auch hier wieder eine Patrouillenflotte. Da haben wir hier 32 Zerstörer. Da könnten wir auch was abspalten. Wir haben hier eine U-Boot-Flotte und die werde ich aber mit der zusammenführen. Wir nennen sie erstmal... Wir bringen sie erstmal hier hin. Es wird auch grün. Allerdings vielleicht ein bisschen heller grün. Und... Das wird eine Strikeforce. Deswegen nennen wir die so. Und ich benenne es auch nochmal entsprechend. Dass es da kein Missverständnis gibt. Und wir brauchen definitiv hier auch noch eine Flotte. Die liegt in Gibraltar. Die jetzt patrouilliert. Wir brauchen da zwei, würde ich sagen. Ja. Hier sind auch leichte Kreuze dabei. Möglicherweise könnten wir auch eine Escort-Flotte mit aufbauen. Aber ich starte mal damit. Dass das hier unsere erste Patrouillenflotte sein wird. Na, wo haben wir hier das Patrouillensymbol? Da. So. Und die heißt dann nicht Nordatlantikflotte, sondern... First... Patrol Flottilla. Aber mit dem Zusatz... Mittelmeer. Dann wissen wir das. Ich will die jetzt nicht durchgehend nummerieren. Weil dann kann ich mir das eh nicht mehr merken. Die lassen wir... Da von mir aus... Liegen. Das ist okay. Wir könnten sie aber auch nach Malta bringen. Aber lassen wir sie mal da. So. Und dann haben wir hier... Bilden wir eine zweite daraus. Aus der hier. Das ist okay. Und zwar... Dann nehmen wir dann... Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben, acht... Neun, zehn. Mit raus. Bilden eine neue Einsatzgruppe. Nennen die... Second Patrol Flottilla. In Klammern Mittelmeer. Und die bekommt natürlich dann auch das Patrouillen-Symbol. So weit, so gut. Die Flotte würde ich einfach mit der Strikeforce verbinden. Die U-Boote. Ich will hier keine gesonderte U-Boot-Flotte haben. Und damit haben wir erstmal hier substanziell was zusammengestellt. Wir könnten aus den leichten Kreuzern und den leichten Kreuzern hier vielleicht noch eine eigene Patrouillen-Flotte machen. Das finde ich gar nicht so übel. Nehmen wir die mal. Und bauen hier noch eine neue Einsatzgruppe, die wir dann hier... Also nicht Patrouille. Oh, Leute. First Escort meine ich. Flottilla. Mittelmeer. Und da nehmen wir mal als Standort Malta. Und natürlich brauchen wir ein neues Symbol. Dieses hier. Okay. Gut. Und dann können wir von der hier nämlich diese beiden mit rausnehmen und die dort mit integrieren. Sehr gut. So, dann haben wir... Dann müssen wir hier das vorne noch ändern. Genau. Das machen wir hier noch zu einem Stern. Nein, das war die falsche, Leute. Das bleibt die Strike Force. Ich habe hier falsch angeklickt. Hier oben. Das Ganze muss grün sein. Ein bisschen heller. Und ein Stern. So. Okay. Gut. Dann haben wir das soweit organisiert. Dann müssen wir für dieses Mittelmeerkommando auch die Einsatzgebiete definieren. Das, das und das wird das. Sehr schön. Für das haben wir das definiert. Für das auch. Okay. Dann haben wir hier das soweit geklärt. Wir brauchen hier allerdings noch Admirele. Wir werden hier... Was haben wir hier? Marine Vergangenheit. Blockadebrecher. Gentleman. Positionierung. Ja, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Hier ist... Das ist ein Küstenexperte. John Cunningham. Was zählt? Zählt das hier als Küste eigentlich? Nee, das zählt als Ozean. Küste ist das hier, ne? Fjorda. Das zählt auch nicht als Küste. Dann ist das für uns jetzt nicht so entscheidend. Okay. Da müssen wir jetzt nicht so mega viel Gehirnschmalz drauf verwenden. Nehmen wir einfach mal... Warum nicht? James Fawn Summerville. Die Flotte ist ebenso wichtig. Und hier unten für die Patrouillenflotte. Da ist vielleicht ganz interessant mal zu gucken. Da ist der vielleicht gar nicht so schlecht. Geschwindigkeit schaden. Dann nehmen wir den hier. John Tawai. Okay. Dann haben wir das organisiert. So. Das heißt im Prinzip dieser große europäische Bereich... Wir müssen noch den Schauplatz so definieren. Grünes Europa. Den haben wir erledigt. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Kann ich jetzt schon mal ankündigen. Wir kommen nämlich hier jetzt nach Asien. Und da verschaffen wir uns erstmal einen Überblick. Beziehungsweise bauen wir uns erstmal einfach einen neuen Schauplatz. Dann ist es deutlich entzerrter. Okay. Jetzt ist die Frage. Was haben wir denn hier eigentlich zur Verfügung? Wir haben in Ceylon die ostindische Flotte mit dem Flugzeugträger und drei leichten Kreuzern. Komische Zusammensetzung. Wir haben die China Fleet in Hongkong. Das ist tatsächlich eine Strike Force, mit der man was anfangen kann. Wir haben hier unten zwei leichte Kreuze in Neuseeland. Und eine U-Boot-Flotte. Sind wir hier irgendwo in der Lage überhaupt Patrouille zu fahren? Sind wir eigentlich nicht. Ehrlich gesagt, dieses klassische Muster können wir hier gar nicht anwenden. Wobei es wäre ganz gut. Wir könnten die drei Seezonen... ...könnte man mit der Patrouille gut abdecken. Da ist die Frage. Schicken wir möglicherweise Schiffe aus Europa hier runter? Diese Reserveflotte, die können wir hier unten auch jetzt definieren. Die ist für den gesamten Schauplatz gedacht. Ja, warum auch immer er jetzt hier wieder... Achso, die wird dann als eigene... Ja gut, da brauchen wir keine Anführer. Das ist okay. Dann machen wir hier die Reserve draus. Da hatten wir, glaube ich, genau das Symbol auch gewählt. Gut, da haben wir jetzt einige Schiffe hinbeordert. Wir könnten Zerstörer nach Asien noch bringen. Das wird vielleicht noch relevant werden. Ich würde sagen, wir machen es mal. Wir schicken mal zehn Zerstörer darunter. Eins, zwei, drei... ...vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun... Waren das jetzt zehn? Egal, wird schon irgendwie hinhauen. Die bilden eine eigene Einsatzgruppe. Ah, es waren neun. Na gut. Und die bringen wir nach Asien. Halt, aber nicht diese sieben. Ihr sollt hier bleiben. So, und vor allem müssen sie natürlich dann auch hinfahren. Nur zuordnen bringt nichts. Schicken wir sie dann direkt mal nach Singapur. So, das wird ihr neuer Stützpunkt sein. Und das wird dann... Was hatten wir für Asien nochmal? Werden wir rot, glaube ich, definiert. Das wollen wir so beibehalten. Das wird dann die erste Patrouillenflottille für Asien. Wobei es vielleicht besser ist, sie in zwei kleinere aufzuteilen. Ja, das machen wir sogar. Okay, und das haut hin. Und vielleicht wählen wir dann entsprechend einen anderen Standort. Nämlich hier in Ceylon, glaube ich, diese vier. Das ist ganz gut. Gut, jetzt gehen wir nochmal die anderen durch. Wir haben hier... Ich würde sagen, die führen wir zusammen. Wir haben hier die China Fleet. Das ist vielleicht die größte und wichtigste Flotte. Da würde ich aber den Standort nicht Hongkong wählen. Sondern hier eher Zentral-Singapur. Gefällt mir irgendwie besser. Fahrt da mal raus. Ihr bekommt dann entsprechend auch dieses Einsatzsymbol. Und das Ganze wird rot. Und wir können das China Fleet von mir aus... Obwohl... Ja, nennen wir es mal. Aus Tradition lassen wir es so. Jo. So weit, so gut. Eine von den Zerstörern kommt noch hier hin. Dann sind das auch fünf. Sehr schön. Diese Neuseeland-Geschichte, die werden wir einfach auflösen. Und mit zur China Fleet geben. Die brauchen wir nicht. Dann haben wir diese U-Boot. Die nehmen wir auch mit zur China Fleet. Wird komplett zusammengeführt. Und diese eigene Cylon-Nummer... Die kommt auch hier hin. Okay, das heißt, wir haben das hier sehr, sehr überschaubar gehandhabt. Ich denke, das ist gut so. Und das Ganze wird dann auch nochmal rot gemacht. Und bekommt einen Stern. So. Alles klar. So weit sieht es in Asien aus. Und jetzt haben wir noch Südamerika. Und dann sind wir durch. Was haben wir denn hier? Wir haben zwei schwere Kreuze. Einen leichten Kreuze. Bermuda. Ja. Scheint mir jetzt kein so ein zwingender Standort zu sein. Ich glaube, hier machen wir es komplett nochmal anders. Die Häfen sind auch nicht wirklich groß hier. Wir werden die komplett zusammenführen. Zu einer großen Flotte. Ich glaube nicht, dass wir hier groß Patrouille fahren müssen. Oder eskortieren müssen. Die wird eingesetzt, wenn hier wirklich mal Not am Mann ist. Wenn irgendwo ein echter Flottenkampf ist. Dann drücken wir damit raus. Tja. Oder wenn mal irgendwie eine Seelandung zu unterstützen ist. Oder so eine Geschichte. Ich glaube tatsächlich, ja. Die bringen wir erstmal hier auf den neuen Schauplatz. Amerika und bringen wir dann komplett zusammen. Geben hier. Amerika hatten wir gesagt, war blau. Geben dann hier. Ja. Machen da auch mal so einen Flottentyp. Und Port of Spain wird hier unsere neue Zentrale dafür. Und dann kriegen wir hier auch noch ein neues Symbol. Beziehungsweise eine neue Farbe. Und dann haben wir das erstmal alles erledigt. Außer eine Geschichte. Halt, nein. Neues Symbol brauchen wir ja auch. Nämlich das. Zwei Sachen noch. Wir müssen hier natürlich auch noch Kommandeure zuweisen. Dann würde ich mal sagen, hier Bruce Frazier. Und das ist eher so ein unwichtiger Standort. Da nehmen wir... Ironside ist hier nicht so entscheidend. Nehmen wir Bernard Wallings dort unten rein. Gut, liebe Leute. Okay, damit haben wir erstmal eine Grundstruktur geschaffen. Halt, die Einsatzgebiete hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Lasst uns da nochmal hingehen. Die Einsatzgebiete der Flotte komplett, würde ich sagen, ist hier. Hier. Und da. Erst einmal. Und hier unten... Was habe ich jetzt gemacht? Nein, ich Idiot. Ich habe alles kaputt gemacht. So stimmt es wieder. Da muss ich hier nochmal Asien eintragen. Ah ja, ein Klick und alles kann wieder durcheinander geraten. Ne. Genau andersrum. Das ist Amerika. Amerilla. Und das da oben ist Asien. Ich hätte das jetzt aus Versehen zusammengelegt. So. Und hier wollte ich eigentlich jetzt noch... Ja, definieren wir Einsatzgebiete. Ist das sinnvoll im Moment? Und ja, klar. Riesiges, riesiges Gebiet. Hm. Wisst ihr was? Ich glaube, das nehme ich erstmal komplett mit raus. Wir konzentrieren uns erstmal auf diesen Bereich hier, auf die Karibik. Gut, liebe Leute. Damit haben wir die Flotte weitestgehend erstmal organisiert. Wir müssen dann nochmal eine Analyse machen, welche Schiffstypen wir eigentlich benötigen. Wir müssen vielleicht bei den Schiffen direkt auch nochmal reingucken und irgendwo noch ein bisschen was rausziehen. Weil wir haben hier teilweise Minenleger zum Beispiel irgendwo dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Die würde ich noch in eine gesonderte Flotte stecken. Aber im Moment ist das gar nicht, wie ich sehe, ein Thema. Ja, da müssen wir gucken, wie wir am besten jetzt weiter mit dem Training machen. Und dann müssen wir, wenn wir dann die Punkte hier auch haben, die Marineerfahrung, dann wirklich mal unsere Schiffe designen für die eigentlichen Rollen. Und dann wäre das Nächste, dass wir tatsächlich die vorhandenen Schiffe, da wo es geht, auch verbessern, auf diese Rollen hinbezogen. Es wird nicht bei allen gehen, aber bei einigen ist das möglich. Reparatur sollte hier hoffentlich automatisch erfolgen. Okay, gut. Also, ich hoffe, es war nicht allzu nervig, meines Erachtens aber durchaus nötig. Und in der nächsten Folge gibt es dann Gott sei Dank erstmal nichts großartig zu organisieren. Und wir können richtig schön mal in der Zeit voranschreiten. Dieses Mal war das ja wie angekündigt nicht der Fall. Aber es ist zumindest erledigt, das Ganze. So, also wir sehen uns dann nochmal wieder in der nächsten Folge, wo wir mit Sicherheit erleben werden, wie dieser Bürgerkrieg hier zu Ende gehen wird. Und wer weiß, was noch passiert hier in der Welt. Also bis dann, macht's gut, euer Steinball. Und wer weiß, was noch passiert. Vielen Dank.